Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Pokemon Smaragd Edition. Im letzten Mal habe ich euch natürlich versprochen, dass ich mich ein wenig informiere, was die Entwicklung der Pokemon so angeht. Und zwar unser Schwalbini, das hat momentan auf Level keine Ahnung, weil es besiegt ist, Moment. Wenn wir neu sind, entwickelt sich zu Schwalbos auf Level 22. Punchy, unsere Moral entwickelt sich auf Level 36. Daut mal ja so ein bisschen zu so ein Pex. Fabianella ist ja schon entwickelt, Fiffen entwickelt sich auf Level 18. Und es ist schon Level 08, also noch 10 Level. Ninkana entwickelt sich zu Ninjas auf Level 20 und Makuhita zu Haryama auf Level 24. All das dauert noch ein wenig, bis sich alle entwickeln, obwohl Schwalbini ganz gut ist. Gut in Form, ist hoch, jetzt habe ich das 400 wieder. Du vorhörst mich raus, dann wundere dich nicht, wenn du meinst wie ein Baby, wenn du meinst wie ein Baby. Naja, geil. So, nimmst du das mal weg, mein Timer vor mir. So, Kämpferin Laura, Laura. So, komm, jetzt sagt, frisst du meine Aquaknarre. Aquaknarre, boof. Die Bezeichnung der Attacken sind auch mal so herrlich, ja? Blutsauger, Blutsauger, Aquaknarre, Lemschelle, Lemschuss. Aber ich. Ich liebe euch, Entwickler von Pokémon. Ich wollte mich heiraten. Also andere Schichter. Ah, ich habe verloren. 3 und 12 Punkt Dollar. Tja, man glaubt sich so dumm an. So, wir haben wieder zurück. Zum Pokémon Center. So ist es. Rinder, Schwelbini. Nur ein bisschen aufpippen. Und der Gründer, wie viel Kohle wir haben. Fahrer nicht mal nach Blütenburg City und Hölz und Vertränke. Aber ja, in dem Fall. Schütteln, Kaffee auf Forstorhafen. Gibt ja nicht mal ordentlich hier einen Supermarkt. Kann ich nicht wahr sein. So, ja, paar Wurkenhaft Quatsch. Und ich da, aber Erik, ja. Also, wir haben, boah, sie 1000. Ja, klar, locker. Hier haben sie shoppen. Mehr auch noch ein paar ganz viele Sachen, die wir verschärbeln können. Also, naja. Hast du den Brief überbracht? Oder meinst du, wir müssen zurück nach Blütenburg City? Ja, du bist zurück nach Blütenburg City. City. In Ordnung. Anke gelichtet. Verkommelschatz. Wir setzen Segel. Jawohl. So, und dann geht es weiter über die Route 106 und danach über die Route 105. Zurück nach Blütenburg City. Ah, die schöne Musik. Wunderbar. So, dann sind wir wieder da. Und dann spritten wir mal hier über den Strand. So. Auf. Und zwar mag ich mal rein. Wusste, 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 dass oben. Nein, da bin ich da dran dran. Der ist doch da oben. Zurück. So. Rinn. Die. 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 Verkaufen. Erstmal. Wir haben es so viel Scheiße. Weg damit. Mini Pils. Weg damit. Wunder saat. Nee, äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ja, mein Gott, der verdrückt, ey. Wo hohe X-Treffer. Weg damit. Wunder saat. Weg damit. X-Angriff. Weg damit. Sternstaub. Weg damit. Tausend. Tausend. Alter, krass. Kugelsat. Felskopf. Okay, den dann das bald mal. Der möchte ich jetzt auch was kaufen. Und zwar. Pokebälle. Ähm. 48. Ne, krass. Äh, 5. Jawohl, bitte schön, danke. Äh, trank. Zwar. 10. Obwohl wir hauen jetzt ja alles raus. Fluchtzeilen, äh, schutz, schutz für die, ne, schutz eigentlich nicht, weil wir haben sie kämpfen. Äh, ich nehme auch ein, zwei Fluchtzeile mit. Fallt aller Fälle. Also, wo, äh, drin sind, wo muss ich mal rauskommen, oder kein Bock mehr haben, und wo, äh, raus zu marschieren. So, denn, äh, stratsen wir mal schnell zurück nach Wurzelheim und unsere alte Heimatstadt. Äh, denn wir haben ja ein Poké nachbekommen. Und modern möchte natürlich auch, äh, informiert werden, oder wir wollen modern informieren. Oder sie will uns informieren, egal. Äh, deswegen gehen wir mal unsere Poké-Nav-ID. Oh, Professor Birk, hey. Oh, Erik, ich habe es schon gehört. Der Poké-Nav-ID wurde um den Trainer, worüber er erweitert. Nun, dann sollte ich mich bei dir auch registrieren. So kann ich nämlich deinen Poké-Dex im Auge behalten, auch wenn du durch die Gegend reichst. Wunderbar. Professor Birk ist drin, wunderbar. Poké-Navigator. So, und zurück. Dann, auf nach Hause. Hallöchen, Mutti. Na, wie geht's? Was, hast du denn da schönes? Ein Poké-Nav, den hat hier ja jemand von der von gegeben. Und hier klingt, möchtest du nicht deine Mutter, den es verteidigt aufnehmen? Ach, klar, Mutter, komm, Rennen ran. Sag, immer, Renja, wunderbar. Wie auf dem Fischmarkt. Wie geht es hier, die sich so müde aus? Ich denke, es ist nicht etwas ausrund. Ja, komm, noch mal. So, zack. Wobei, pass auf dich auf, Schatz. Ja, das ist, oder? Ich bin da wieder für ein paar Mord weg. So. Die Geschichte auch als greift uns in den E-Kaps 4 an. Für, 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 mal. Waupe, wunderbar. Level 3, oh mein Gott. Ich mache mit dem Hemd. Aber lass uns leben. Oder, ach, Quatsch, Fabini, come on, schnabel. Warme, schnabel richtig effektiv. Älter. 21, wunderbar. So. Zack. Und jetzt zurück. Laufen. Eilototze bestimmt war. Eilototze, Neen, zickzack. Eilototze, ne, zickzack. Zwei, pisch. Ne, ist doch. Tüpp, 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 tüpp. Hat das jetzt sogar aus, WTF. Schnauble, da war ich ja, zickzack. Entschuldigung. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen erkältet, immer noch. Kein nächster Führer, aber ich will meine Zuschauer hier noch begeistern. deswegen nämlich noch auf. Macht auch Spaß. Davon abgesehen, so. Obst mit Schülern zu uns. Und da, da, da. Und dann geht es weiter hier, zack. Brackmann-Schöner. Frau Rania. Aber ich weiß genau, was du sagst, wenn wir, warum, 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 war, warum, warum. базar- oder dock- war, zack-zack-zack-outsräumen und let go. So, und das kann doch trinken. Wunderbar. tut gut wunderbar so und dann würde ich sagen machen wir es mal auf gegen die rechte ich glaube wir haben jetzt schon fast alle oder also da links war nicht so immer jetzt hier auch geht es auch nichts hier unten ist noch haben wir schon gekämpft so hier rechts waren zwei bloß haben auch schon gekämpft so dann hier rechts oben die haben wir auch schon gekämpft hier ist der Arenaleiter so gegen den haben wir auch schon gekämpft aber nicht alle schon gekämpft den auch das ist okay denn machen wir uns auf gegen Camillo um ich bin trotzdem nur Schwalbini mit dem neuen in den Kampf ich bin doch immer nur der Arenale von Haustorhafen ich habe die wilden Schule dieser Gegend meistern ich bin dieser Pech schwarzen Hölle stark geworden du willst du dich wirklich herausfordern dann zeig mir woraus du gemacht bist dann leg doch mal los Pardammzeln zu händler Allarer Marscholo der wird sich die Arte verstecken vor demilischen Arbeiter Tausendung sich durch die Sitze immer ist alles ab das Kocheizung an die können wir 20 jahren kommen legt ihn um ja wohl verdammt das wird richtig eng muss auf jeden fall mit tränken hantieren jetzt muss ich alles alleine mal das gilt ich muss alles alleine machen scheiße mediti das war das allerletzte ich hab mal quita akuita das stärkste 18 oder scheiße nicht schilder gott verdammt steckt ein fokus schnell wo sie seine super tag einsatz scheiße jawohl fuchs von angriff es wird ab bitte auch scheiße wir wollen aber aber herkommen mit seinem scheiß so verdammt alles wieder aufgefüllt aber klare alles von vorne war geil zu einem zweiten aneinander super flektor ja toll bringt das verteidigung ja gut gut schlicht jetzt nach vielleicht schon wieder sein fokus ist reicht aber obwohl fuchs verloren und setzt wir ja so ein ich habe so gut setzt dann wieder so drei immer so scheiße jedes mal ich glaube ich würde hier sogar die folge weil ja wenn er weiter hier sich ein bisschen auf sich warten lässt dann hätte man super trinke einsetzt es kommt dann noch ein pokémon und markiert und das ist das stärkste von den allen und jetzt kommt wieder super vertragen käfer stellen den fokus und wird jetzt kommt wird ne geil und aber mediti sind auch im arsch wunderbar und da auch zwölf alter bitte so mag quita nur mag quita level 80 19 sogar scheiße überwurft wcf nein 6 verdammte scheiße trank einsetzt unbedingt krank ersetzen trank trank scheiße nein 3 trank trank verdammt gleich daher wcf ok kommt getragen vom vcf egal kommt schon hooo rachlager überruf schluss bcf bestimmt der überruf ein dator und wir sind im eimer klasse scheu wieder da kommen streng ich bitte mit der anrufe soll dass sie können ob so bringt überhaupt nicht gegenschlag toll wunderbar so war so gar nicht schaffen überhaupt nicht alter ist wirkliche wird zu gut critics im über max gebe dann das hinaus so klar oh gottel könnte 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 kot.. h遠witzel jetzt kommt nämlich sogar trauriger und dann aber arm stoß durch gott einmal wunderbar er soll scheiße kader blutsauger wird überhaupt gestartet dadurch an den wirkt ein kp flicht abgezogen nicht mal alter überwurfs fies im eimer scheiße man aber so im nächsten parten versuchen wir erreichen nämlich jetzt schon die 15 minuten marken zum drüber scheiß ist tot schade na gut dann danke schon mal fürs zu sehen leider kleiner fähiger war grüter also gesagt dass das stadt wo man okay ich muss mir gefallen trotzdem bitte jetzt immer da auch toll na dann reise ich offline dahin okay ja das ich mal bis zum nächsten part und bis dann